Ich bin Zibil Lüscher und mache hier seit Neuestem ein Pilotprojekt Theater für Primarschüler, 3. bis 5. Klasse. Wir sind im Moment am Üben mit sehr motivierten Kindern, zwölf Kinder, drei Jungs und sechs Mädchen und treffen uns jeden Montag oben von 5 bis 7 hier im OXIL. Am Anfang waren wir im ersten Stock und jetzt üben wir hier auf der Bühne. Ich bin sehr froh, dass wir das Lokal und die Infrastruktur brauchen dürfen. Und das sehr unkompliziert. Ich weiss noch, als ich Andi angefragt habe, war er gerade sehr offen und hat mich willkommen geheissen, überhaupt nicht kritisch. Und auch Leonie und den Rest des Teams habe ich sehr offen erlebt. Das OXIL oder das Lokal bedeutet mir, dass wir das Projekt durchführen können mit einem Lokal. Ohne Lokal ist es ein wenig schwierig. Und dass wir das kostenlos brauchen dürfen. Und dass es unkompliziert ist. Ich finde das auch sehr wertschätzend. Ja. Körnchen. Körnchen. Vielen Dank.